Musik Felt, Bukowski. V-Cob says he located a green Kaiser Frazier from the Hotsheet. Address is 6 west 2nd Street. Get over there and see what you can find out. Go on! Sorry to inconvenience you. We're on it, Captain. So, willkommen zurück zu Let's Play Eleanor. Ja, es geht wieder weiter. So, wir haben unsere nächsten Folge gleich bekommen. So, ich habe gerade noch mal geguckt. In der letzten Folge habe ich ja leider dem Typen noch abgeknallt. Oh, da bin ich jetzt falsch. Mal gucken, ob das vielleicht besser wird. Dass ich die nächsten nicht gleich immer abknalle. Oh Gott, wie finde ich hier raus? Exit, Moment. Da vorne ist unsere Karre. Minimap haben wir jetzt auch sehr schön. Unser Partner ist wieder richtig langsam unterwegs, aber egal. Und das muss ich noch üben, das Umdrehen hier. Ja. Das ist die Dahlia. Oh shit Die ist sauer, oder? Eieieieiei Ok, schnell weiter ist unser Auto Ist noch ganz ok Ok Das gibt wieder Sachschaden her, alter Schwede Na ok, hier sind wir eigentlich schon, oder? Das ist der Auto, nur raus aus der Drive Schau ihn Remember, wir brauchen ihn healthy genug, um Fragen zu stellen Alles klar 247, Detective Phelps Request immediate backup In pursuit of a stolen green Kaiser Frazer Von 6 West 2nd Street Ok Also, das erste Mal verfolgen Versuche ihn da mal nicht zu beschädigen Oh, der bremst Von Automatisch oder was? Oh, jawohl, jawohl Das ist der Kofferraum weg Games, Phelps Take this guy out Ok Bin noch dran Ich bin noch dran Ich will ja nicht schießen Aber so bekommen wir den schon runter Die Stoßstangen sind auch weg Jau Uiuiui Kann man den noch zurückreden Rami, na los Ja, 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 das mach ich doch Das war ja mal gar nichts So Ah, der raucht schon, oder? Ja, da vorne ist die Straßenpolizei Bam Ne, ne, ne Keine Chance Warum hast du von uns Ich sah ein großes Auto in meinem Rückseite Mit zwei schweren Leute Bearingen auf mich Was würdest du tun? Was ist dein Name? Cliff Harrison Du bist unter Arrest Für was? Was sprachst du? Nice try Ich spreche über das Auto Du bist aus deiner Meinung Ich habe das Auto Und ich habe das Papier, um es zu prüfen Ok, schauen wir uns das mal an Heilige Scheiße Gebraucht worden Quittung Ok Es ist schon sehr komisch Haben wir da noch was? Ne, oder? Dann fragen wir den nochmal aus Du hast dieses Auto von Coombs Automotive Company Ja, das ist richtig Ok das Ja, Wahrheit Wahrheit, oder? Und die Wahrheit, oder? Die Wahrheit, oder? Heilige Scheiße Kalifornischer Fahrzeugbrief Cliff Harris Wenn das ist Wenn das eine Forgerie ist, dann ist das Top-Notch Das wird gebraucht werden Ja, echt so Hä? Ja, ok Motiv für Flucht, ja Du hast ein kriminales Rekord, Herr Harrison Nein Nein Nichts wie das Da wollen wir mal anzwerbeln Ich habe das Auto Ich habe nicht stehlen Ich fuhr, weil ich Ich habe ein paar Wacky-Backy in der Schleifung Ha! Ein Riefer Wir lassen es So, ok Ähm Details zum Fahrzeugkarten Wer warst du mit bei Coombs Automotive? Der Verwahrer, Richard Coombs Aber das hört sich auch wieder nach der Wahrheit an, oder? Ja Und er hat die Verwahrung, persönlich? Natürlich hat er das Er hat eine Faksimile für seine Rekorde Check mit ihm Wir werden uns zu den Boden von diesem, Harrison Bis wir machen, Wir sagen einfach oft Grand Theft Auto Ich denke, er sagt die Wahrheit Ähm Einige von den die meisten überzeugenden Menschen, die du zuhörst werden, sind Lieder Normalerweise sind sie Politiker Klingt für mich jetzt eigentlich auch einmal nach der Wahrheit Ok Er hat jetzt irgendwie die Panik bekommen, oder so Wege ein Joint, oder so Im Handschuhfach Er hat sich wo auch schützt nächstes wird kürtchen weiterreden ab dem wachsberg wer hat die lehren täglich und lässt sich der e-plästig auf er wird geschehen geben für ein gentleman's handshake annau ich schätze also verkehr ist ganz schön wie sollte irgendwie zu mir Oder ich bin einfach ein schlechter Fahrer heute. Das kann natürlich auch sein. Aber was soll man erwarten, wenn man mehr über eine rote Ampel fährt? Dann kann schon mal sowas passieren, wie gerade eben. Okay, aber wenn es bloß ein Sachschaden ist, wenn wir trotzdem den Fall lösen, dann ist es mir eigentlich egal. Hier haben wir ja die Autos. Not another step. I have got a Buick Century sedan that would be absolutely perfect for you. Detective Phelps, LAPD. Are you the owner? That's right. Richard Coombs at your service. You looking to trade in a Black and White Boys? Mr. Coombs, we're investigating an auto theft. A man by the name of Cliff Harrison claims he bought the car here. Well, some people would say that my cars are a steal. That's a joke, son. Very amusing, Mr. Coombs. I remember Harrison. It was a green two-tone Kaiser Fraser, if I remember rightly. Do you have the bill of sale? It's in my office. Walk this way. Was so Hölle, ist der mit dem los? That's a joke, too, son. Help, do you mind if I shoot this guy? He's getting on my nerve. Alter, was ist der mit dem falsch? Okay, schauen wir mal. Here it is. I've got the original pink slip there, too. Gene Archer. 146, North Fremont Avenue. Richard Coon, der hat das auch signiert. Das ist ja mal sehr seltsam. Wer ist denn jetzt der Richard? Dachte, das ist der Cliff. Okay. Dann schauen wir mal das andere noch an. Was ist der Führerschein, oder was ist das? Ja. Ach na, da ist der Cliff. Okay. Cliff Harrison. Ach so, der andere ist wahrscheinlich der Immobilienheim da, oder? Erisons Purchase receipt was legit, at least. Haben wir da noch was? Nee, oder? Nee. Okay. Jo. Shoot. Okay. Okay. Can you tell us how you came to buy the car? Girl just wandered in right off the street. Nothing unusual about the car? Not really my usual type of vehicle. The price was certainly right, though. Nice girl, but about as sharp as a bag of wet mice. Did you pay with check or cash? A check. She wanted it made out to cash, but I insisted. Man has to watch his cash flow. What name? I made it out to Gene Archer on the bank of Arcadia. Okay. Beschreibung des Verdächtigen. Can you describe this Gene Archer? Brunette, maybe 25, 26. Little on the plump side, but not bone ugly. Hört sich jetzt eigentlich auch wieder plausibel an. What was your impression of her? Kind of harried and harassed. In a hurry to go somewhere, but no place to go. You get to know the type. Okay. Verbindung zu Mark Lee. Do you know anything about the company, that prints these pink slips? Nope. Should I? It isn't exactly my business. Das tue ich mal anzweifeln. Oh, das war falsch. Okay, das war falsch. Okay. Also, komm, mit verschenkten Armen. Why didn't you pay a cash? You knew the car was dirty. I had an inkling. When people are in a hurry for money, always pay by checks, son. Gives you a couple days to back out. Okay, das war anscheinend auch wieder richtig. Verdächtige Transaktion. This was all above board. Yes, of course it was. That is wrong. There is my mom answeifeln. Did this look legitimate to you, Coombs? I'm in used cars, son. Not bearer bonds. In my business, you don't look a gift horse in the mouth. Now don't come on all high and mighty with me if you want my help. Thanks for your help, Mr. Coombs. We need to continue the investigation. Hope you sorted out your problem with Mr. Harrison. Go easy on him, son. Boy's about as sharp as a bowling ball. He's built too low. The fastballs fly over his head. Let me shoot this guy. Please. You have a pleasant day, Mr. Coombs. All right, here. He's a very funny guy. Well, Harrison might be off the hook, but we can still run an APB on Gene Archer. Get on the horn and call it in. Thank you. 11K to KGPL. Request an APB on Gene Archer. Age approximately 25 on Suspicion of Grand Theft Auto. KGPL to 11K, roger. Wo? Wo ist denn mein Partner schon wieder? Was ist denn jetzt hier abholen oder was? Kommt der da nicht mit? Hoppala. Ich wollte eigentlich bloß kurz hupen. Nee, nee, nee. Oh, okay. Okay. 11K go to Central Station. James Belasco held on Suspicion of GTA. Waiting questioning. Possible link to the Harrison case. 11K go to. Roger that, KGPL. 11K out. Ähm... Alter Schwede. Moment, Moment, Moment. And why do they always think they're Comedians, when they're about as funny as a heart attack? Maybe the more annoying they are, the quicker you sign on the dotted line, just to get the hell out of there. Oh. Naja, wenn der auf seinen Verhör wartet, dann... Ja, da sollen wir noch ein paar Beweise sammeln. Nee, wir fahren gleich mal zu der Zentrale. Dass wir den Verhören. Aber ich weiß nicht, ob das wieder so klug ist. Schauen wir mal. Schauen wir einfach mal. Und ich glaube, Beweise finde ich jetzt... Oder habe ich eigentlich noch keine. Wenn er... Wenn er halt lügt, dann muss ich halt anzweifeln. Dass er dir die Wahrheit sagt. Vielleicht bekommen wir ja dann auch was raus. Schauen wir mal. Schauen wir doch auch mal. Und wie ich das sehe, es sind hier sehr viele... ...die Telefonzahlen, muss ich schon sagen hier. So. Und dann... Und dann... Untertitelung des ZDF, 2020